Einwanderungschaos und Ausnahmezustand. Ist Deutschland noch zu retten? Dieser Bericht richtet sich an alle Opfer der heutigen Krisenzeit, sowohl an die deutsche Bevölkerung als auch an die wirklichen Flüchtlinge, die neben Millionen Einwanderern seit 2015 nach Deutschland kommen und in oft menschenunwürdigen Unterkünften leben müssen. Diese aktuelle Bestandsaufnahme ist nicht wirklich angenehm. Doch ist es im Rahmen einer funktionierenden Gesellschaft unvermeidlich, dass die Fakten endlich öffentlich thematisiert werden. Maulkörbe, Gesinnungsterror und Propaganda, wie sie bisher eingesetzt wurden, sind die schlechtesten Mittel, um Lösungen zu finden. Die Tatsache ist, Deutschland befindet sich in schwersten Unruhen. Millionen Einwanderer, vertriebene Flüchtlinge, eingeschleuste Terroristen, überforderte Systeme und untätige Politiker bestimmen das Bild. Die blutigen Terroranschläge, die im Sommer 2016 eine völlig hilflose Bundesregierung offenbarten, zeigen, Deutschland hat sich innerhalb nur eines einzigen Jahres grundlegend verändert. Die seit Sommer 2015 nicht gestoppte Einwanderungsflut aus Afrika, Arabien und Südosteuropa, vor allem die damit verbundene explodierende Gewalt und Kriminalität, sowie zahlreiche Terroranschläge in Deutschland, Belgien und Frankreich in 2016, schrecken nun immer mehr Menschen auf. Doch immer noch verbietet die von Massenmedien und Politik verordnete Schweigepflicht eine notwendige öffentliche Diskussion. Wer dies versucht, wird sofort reflexartig von Deutschlands Qualitätsjournalisten diskreditiert und als rechtsextremer Verschwörer verunglimpft. So gab es in den vergangenen Monaten zahlreiche Veröffentlichungen von unabhängigen Journalisten, von Wissenschaftlern und Politikern, die angesichts der ungebremsten Einwanderungsflut warnten vor den unabsehbaren Folgen für Deutschland und Europa. Sie warnten und wurden in den Mainstream-Medien heftig kritisiert und als Verschwörer, als rassistisch und rechtslastig diffamiert. Der Schweizer Publizist Roger Köppel Der deutsche Wirtschaftswissenschaftler Gunnar Heinsohn Wissensmanufakturchef Andreas Popp Der Schweizer Historiker Daniele Ganser Die deutsche Journalistin Eva Herrmann Ungarns Regierungschef Viktor Orban Der amtierende tschechische Staatspräsident Milos Zemann Der ehemalige tschechische Präsident Watzlaw Klaus Der Satiriker Dr. Alfons Pröbstl, der mehrere Jahre lang mit seiner Internet-Satire-Show große Erfolge feierte, wurde nach seiner Enttarnung vom Mainstream so lange verfolgt und unter Druck gesetzt, bis er sich aus der Satiresendung zurückzog. Sämtliche Kommentatoren wurden von den sogenannten Qualitätsjournalisten mit Verschwörungsvokabeln belegt und nicht selten als rassistisch eingestuft. Eine sachliche Diskussion ist bis zum heutigen Tage nicht möglich. Doch die Lage ist zu ernst, um weiter zu schweigen. Es sollen einige Vorgänge thematisiert werden, welche den Ernst der Lage zeigen. Heute, im Sommer 2016, mehren sich die Anzeichen dafür, dass es mit Deutschland noch viel schlimmer steht, als die Autoren es im Laufe des vergangenen Jahres befürchtet hatten. So wurden Anfang August 2016 gleich mehrere bedeutsame Dokumente bekannt. Erstens, es wurden Auszüge aus einem neuen Notfallkonzept der Bundesregierung für anstehende Katastrophen veröffentlicht, wonach sich die Politik offenbar auf Ausnahmezustand ähnliche Verhältnisse vorbereitet. Zweitens, Anfang August 2016 strahlte das ZDF ein brisantes Interview aus mit dem bekannten CDU-Politiker Wolfgang Bosbach und einem hochrangigen Polizeichef aus Bayern. Tenor, Deutschland steckt in erheblichen Schwierigkeiten. Behörden und Politik werden mit den Anforderungen nicht mehr fertig. Drittens, Ende Juli 2016 wurde die Aussage eines ehemaligen IS-Terroristen, der einen zeitnahen Blitzkrieg für Deutschland ankündigt, durch blutige Terroranschläge bestätigt, ohne dass jedoch die Massenmedien bislang davon überhaupt Notiz nahmen. Zu Punkt 1, das neue Notfallkonzept der Bundesregierung. Der bis vor kurzem unter Verschluss gehaltene Notfallplan zeigt, mit welchen Gefahren man im Kanzleramt für Deutschland offenbar rechnet. Das Papier wurde im August 2016 vom Bundeskabinett beschlossen. Offensichtlich war der Plan notwendig geworden angesichts von Terror und wachsender Gewalt, was Innenminister de Maizière übrigens entschieden zurückwies. Fakt ist, dass die für Friedenszeiten erstaunlichen Zivilschutzmaßnahmen einen jeden aufrütteln müssen. So heißt es in der Mainstream-Presse dazu, die Bevölkerung soll im Notfall zum Selbstschutz fähig sein, bevor staatliche Maßnahmen anlaufen. Ferner geht es um eine ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln für zehn Tage und Wasser für fünf Tage. Ebenso wird empfohlen, Bargeld und Medikamente bereitzustellen. Weiter heißt es, Es wird geprüft, ob ein Vorrat von Schutzanzügen und Masken für biologische, chemische oder nukleare Kampfstoffe angelegt werden soll. Der freie Journalist Stefan Schubert schreibt, So werden die eingemotteten Sirenen, die uns im Kalten Krieg vor den Atomraketen der Russen warnen sollten, wieder auf die Dächer der Häuser montiert, diesmal zur Warnung vor islamistischen Großangriffen. Nicht nur das, es werden auch Alarmsysteme über Radio, Fernsehen, Lautsprecherdurchsagen und per SMS und dem Neuland Internet vorbereitet. Auch ein Einsatz der Bundeswehr im Inneren wird nicht ausgeschlossen. In Großstädten und Ballungsräumen sollen vorsorglich leistungsstarke Brunnen gebohrt werden, um im Katastrophenfall genügend Trinkwasser zu haben. Gleichzeitig sieht das Konzept auch eine nationale Nahrungsmittelreserve vor. Auch sollen sich die Bürger, so rät es die Bundesregierung, mit Hamstereinkäufen eindecken. Gegen Stromausfälle sollten sich die Bürger mit warmen Decken und Kleidung wappnen und geladene Akkus für Computer, Handys und Telefone bereithalten. Das Notfallkonzept setzt einen weiteren Schwerpunkt im Bereich der zivilen Verteidigung. Demnach bereitet die Bundesregierung jetzt auch Massenevakuierungen der Bevölkerung vor. Deutschlandweit sollen 800.000 Notfallplätze entstehen. Ein weiteres wichtiges Thema ist auch der Selbstschutz der staatlichen Organe. Beispielsweise geht es um die Regierungsgebäude. So hieß es in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, für den Fall der Aufgabe des Dienstsitzes sind Vorkehrungen zu treffen, um die Aufgabenwahrnehmung einer Behörde an einen anderen, geschützteren Platz, einem Ausweichssitz, verlagern zu können. Ebenso sorgte das neue Zivilschutzkonzept des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe für weitere Schlagzeilen. Angeblich bereitet die Bundesregierung die Wiedereinführung der Wehrpflicht vor. Deutschlands Bürger diskutieren. Sie sind zunehmend verunsichert. Hätte einer der erwähnten Gegenstimmen, die schon im letzten Jahr vor all den verheerenden Folgen der bedingungslosen Einwanderung gewarnt hatten, auch nur einen dieser Gedanken veröffentlicht, so wäre dieser öffentliche Aufschrei empörter Gutmenschen vermutlich noch lauter gewesen. Heute sind diese Maßnahmen in kürzester Zeit bittere Realität für Deutschland geworden. Zu Punkt 2. ZDF-Interview mit Wolfgang Bosbach und dem Polizeivizepräsidenten Mittelfrankens In der Nacht vom 1. auf den 2. August 2016 strahlte das ZDF eine Talkrunde mit überraschendem Charakter aus. Der langjährige ZDF-Moderator Peter Hane interviewte den CDU-Politiker Wolfgang Bosbach sowie den bayerischen Polizeivizepräsidenten Roman Fertinger zum Thema »Nach Würzburg, München, Ansbach. Wie sicher sind wir noch?« Die Aussagen Bosbachs und Fertingers, die beide zur Führungsriege von Politik und Innerem in Deutschland gehören, sind höchst alarmierend und übertreffen die düsteren Erwartungen unabhängiger Denker bei Weitem. Die Tatsache, dass es unter anderem verdeckt eingereiste Terroristen waren, die sich als Flüchtlinge getarnt hatten und die im Juli 2016 in Deutschland mehrere blutige Anschläge verübt hatten, zeigen, dass Deutschland in großer Gefahr ist, da es nach offiziellen Behördenangaben noch viele tausende unerkannter Dschihadisten und Terroristen in Deutschland geben soll. Es sollen hier einige der brisantesten Aussagen aus dem Interview wiedergegeben werden. Der CDU-Politiker Bosbach. Wir haben einen Kontrollverlust, allerdings nicht erst seit dem 4. September. Wir haben uns zu lange mit der Frage beschäftigt, wie viele Höchstgrenze in Vergessenheit ist geraten, dass die weit überwiegende Teil derjenigen, die zu uns kommen, keine Pässe haben mit ungeklärter Identität, ungeklärter Nationalität. Auch heute weisen wir ja niemanden an der Grenze zurück, der einen Asylantrag stellt. Und mit Horst Seehofer vertrete ich übrigens schon seit Monaten die Meinung, wir sollten niemanden aufnehmen mit völlig ungeklärter Identität, völlig ungeklärter Nationalität. Da haben wir nicht nur Probleme im Asylverfahren oder bei der Rückführung abgelehnter Bewerber, wir haben auch ein erhebliches Sicherheitsproblem, wenn wir nicht wissen, wer kommt. Bosbach argumentiert überraschend offen und mutig, dass man meinen möchte, seine persönliche Zukunft in Politik und öffentlichem Leben sei ihm inzwischen völlig egal geworden. Kurz nach diesem Interview, Ende August 2016, gab Bosbach denn auch seinen Rücktritt aus allen Ämtern bekannt. Der Innenpolitiker korrigiert die Aussage des deutschen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen, der in einem Interview vor wenigen Monaten berichtet hatte, dass über 70 Prozent der Einwanderer keine gültigen Reisedokumente mit sich führten. Dazu sagte Bosbach. Da sind, nach zwei Veranstaltungen sind in zivil junge Bundespolizisten auf mich zugekommen, haben gesagt, Herr Bosbach, Sie sagen immer zwei Drittel der Flüchtlinge kämen ohne Papiere. Es sind über 90 Prozent. Wir haben mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Dann sage ich, schreiben Sie mir das doch mal. Ja, das ist im Moment jetzt ganz schwierig. Also wir haben uns eine Art Schweigegelübde auferlegt, weil wir nicht in eine bestimmte Ecke gestellt werden wollen. Und das ist ein Grund, warum die Menschen das Gefühl bekommen, die Politiker in Berlin in einer Käseglocke, sie wissen nicht, wie die Probleme im Land sind und dann wenden sich viele ab und andere gehen zu extremistischen Parteien. Bosbach bestätigt wie selbstverständlich den öffentlichen Maulkorb, der bereits im Sommer 2015 zu diesem brisanten Thema verhängt worden war. Also ich war selbst dabei, als uns vor gut einem Jahr erklärt wurde, es sei höchst unwahrscheinlich, dass in dem Flüchtlingsstrom auch dschihadistische Kämpfer nach Europa... Ja, hier hat einer ernsthaft am Tisch behauptet, die kämen ja alle mit dem Flugzeug, die würden doch nicht... Ja, der Weg sei zu lange, der Weg sei zu unsicher, keine Ortskenntnis, keine Sprachkenntnisse. Wir wissen heute, Gerichtsfeste, dass sich im großen Zug der Flüchtlinge eben auch dschihadistische Kämpfer befunden haben. Natürlich ist das in der Relation zu der Gesamtzahl der Flüchtlinge eine nur ganz kleine Zahl, aber von dieser kleinen Zahl, von diesen Personen gehen erhebliche Gefahren für die innere Sicherheit in unserem Lande aus. Es war bislang nur sehr, sehr schwer, darüber offen zu sprechen, weil dann sofort reflexhaft die Antwort kam, alle Flüchtlinge werden unter Generalverdacht gestellt und so weiter. Wenn man Probleme tabuisiert, werden sie nur noch immer größer. Der mittelfränkische Polizeivizepräsident Roman Fertinger bestätigt in demselben Interview, dass Terrorflüchtlinge wie der Ansbach-Attentäter offenbar mehr als gut organisiert sind und dass sie geheime Geldgeber zu haben scheinen, die eine gut geplante Logistik erst ermöglichen können. So lautet das Statement des hochrangigen Polizeibeamten Fertinger. Also es ist zum Teil ein Märchen, wenn man sagt, die radikalisieren sich über Nacht und begehen dann so einen Anschlag. Wenn man sieht, wie er logistisch ausgerüstet war, mehrere Handys, zahlreiche SIM-Karten. Geld, gerollte Geldmengen. Geld, das ist ja bekannt gegeben worden, auch zwischenzeitlich der Stand und mit wem er alles kommuniziert hat, und wie er die Bombe auch gebaut hat und dann noch die Grundstoffe für eine durchaus weitere zündfähige in seinem Zimmer waren. Diese Aussagen geben eine Ahnung über die Spitze eines überhaupt nicht mehr einschätzbaren Eisbergs, der offenbar in Riesengeschwindigkeit auf den europäischen Kontinent zusteuert. Als der tschechische Präsident Milos Zähmann im Herbst 2015 schon von einer organisierten Flüchtlingsinvasion gesprochen hatte, wurde er für seine so wörtlich kruden Verschwörungstheorien und seine rassistischen Gedanken öffentlich diskreditiert. Auch Tschechiens Ex-Premier Václav Klaus sprach von einer hausgemachten Migrationskrise und erntete heftigen Gegenwind. Als ebenfalls Ex-Tagesschausprecherin Eva Herrmann letzten Sommer gefragt hatte, ob hinter der sogenannten Flüchtlingslogistik etwa ein Plan stehe, wurde dieser Gedanke im öffentlichen Raum als wahnhafte Verschwörungstheorie zurückgewiesen. Doch immer deutlicher wird erkennbar, dass alle diese Annahmen leider gar nicht abwegig waren. Im Juni 2016 warnte Václav Klaus in seinem Buch Völkerwanderung vor der Gefahr der Zerschlagung europäischer Nationalstaaten im Zuge der Einwanderungsflut und der damit einhergehenden Auflösung des Abendlandes. Die Antwort waren heftige Angriffe von Seiten prominenter deutscher Politiker und Medienvertreter in Richtung Tschechien. Auch Eva Herrmann gab ihrer Sorge Ausdruck, dass der Islam nicht zur Kultur des christlichen Abendlandes passen könnte. Wörtlich schrieb sie, Die deutschsprachige Ausgabe der Huffington Post belegte Herrmann dafür mit dem Stigma rechter Meinungsäußerung. Umso spannender die aktuelle Aussage des CDU-Politikers Wolfgang Bosbach im ZDF-Interview. Es geht nicht um die Muslime in ihrer Gesamtheit. Aber ich gestehe freimütig, auch wenn da in der eigenen Partei nicht jeder begeistert ist, den Satz, der Islam gehört zu Deutschland, konnte ich noch nie unterschreiben. Wir haben eine christlich-jüdische kulturelle Tradition, wir haben keine islamische. Und zu dem Islam gehört auch der Islamismus, der Salafismus, der Wahhabismus. Da gehört auch die Scharia dazu. Soll das alles auch zu unserem Land gehören? Und es ist nur ganz schwer, das offen anzusprechen, weil dann sofort kommt, aha, jetzt werden wieder alle Muslime unter Generalverdacht gestellt. In Deutschland leben über 40.000 Islamisten. Und wenn wir vor politischer Korrektheit die Augen verschließen, vor den Problemen, die sie auch nach Deutschland mitbringen, dann machen wir einen riesengroßen Fehler. Und wenn man auch in diesen Tagen noch sagt, wir haben im vergangenen Jahr 700.000 Muslime aus dem arabischen Raum aufgenommen. Deutschland wird sich verändern. Dann möchte ich gerne wissen, erstens, wie wird sich unser Land verändern? Zweitens, wird es sich wirklich zum Besseren verändern? Und drittens, was sagt eigentlich die Bevölkerung? Möchte die das, dass unser Land sich so verändert? Der Polizeivizepräsident Mittelfrankens fordert in diesem Zusammenhang vor allem Offenheit und neue Sicherheitskonzepte. Wenn sich die Lage verändert, verändern sich die Fakten, dann muss ich auch hier deutlich sagen, wir müssen dann auch hier unsere ganzen Strategien unter Umständen auch gesetzlich machen. Mit Blick auf die blutigen Terrorakte in jüngster Zeit in Deutschland scheint sich Fertinger jedoch nicht sicher zu sein, dass seine Forderungen zeitnah erfüllt werden könnten. Ich hoffe, dass wir die Lage da unter Kontrolle kriegen und dass diese Serie sich jetzt nicht fortsetzt. Aber die Befürchtung, die ist durchaus hier. Wir leben abstrakt hochgefährdet. Die Schlussbemerkung des CDU-Politikers Bosbach im ZDF-Interview lässt aufhorchen, während man über die Zukunft Deutschlands nachsinnt. Und der Politiker, der manche Enttäuschung erlebt hat, auch in seiner eigenen Partei, gibt es Punkte, wo Sie sagen, jetzt schmeiße ich hin? Es gibt einen Punkt, mit dem ich zunehmend beschäftige, ob man wirklich bei allem Engagement, bei allem Aufwand noch etwas bewegen kann, und noch etwas verändern kann. Vor drei, vier Jahren hätte ich gesagt, ja, heute bin ich mir nicht mehr so sicher. Zu Punkt 3. Ehemaliger IS-Terrorist kündigt Blitzkrieg für Deutschland an. Da berichtet im Dezember 2015 der ehemalige IS-Terrorist Harry S. gegenüber der Bremer Polizei ausführlich von einem geplanten, groß angelegten Terrorangriff auf Deutschland. Seit einem knappen Jahr sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Er wird wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz angeklagt. Nach Ansicht der Bundesanwaltschaft soll er sich letztes Jahr der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat angeschlossen und in Syrien eine Kampfausbildung absolviert haben. In einem deutschsprachigen Propaganda-Video des IS kann man sehen, wie Menschen hingerichtet werden. Harry S. schwenkt dabei eine Fahne. Die Aussagen des Ex-Terroristen werden von den Behörden als echt und glaubwürdig eingestuft. Sein Geständnis ist auf 700 Seiten dokumentiert. So sagte Harry S. unter anderem aus, der islamische Staat plane, in der Bundesrepublik mehrere Angriffe gleichzeitig durchzuführen. Ein Blitzkrieg solle es werden, wird der Mann im Interview zitiert. Mit einem weiteren Dschihadisten wollte er an der sogenannten Spezialeinheit kämpfen, einer Gruppierung, die dafür da sei, um im Kampf, so wörtlich, eine Stadt zu öffnen, sagte Harry S. aus. Die Ausbildung stützte sich auf Kondition, Kampftechnik und Ideologie. Spiegel Online berichtet. Die Maskierten hätten gefragt, seid ihr bereit, zurück nach Deutschland zu gehen, um dort Anschläge zu verüben? Nein, das wollten sie nicht, so Harry S. später vor Gericht. Doch die maskierten Männer hätten gesagt, Franzosen haben wir im Überfluss also genug, die bereit sind, ihr Leben dafür zu lassen. Nach wenigen Wochen habe der IS-Geheimdienst Harry S. erneut gefragt, ob Harry S. Leute kenne, die in Deutschland Anschläge verüben würden und ob er nicht doch selbst dazu bereit wäre. Wir brauchen Action in Europa, hätten die Terroristen gesagt. Angesichts der blutigen Juli-Woche 2016, wo Deutschland gleich durch mehrere Anschläge erschüttert wurde, stellte allerdings so gut wie kein deutsches Mainstream-Medium, auch kein Politiker, einen Zusammenhang zwischen den brisanten Aussagen des Ex-Terroristen, den ganz offensichtlichen Angriffsplänen des IS gegen Deutschland und den aktuellen Terroranschlägen fest. War die Blutwoche Deutschlands im Juli 2016 eventuell ein Versuchsballon für diesen geplanten Blitzkrieg? Eigentlich kann man sich die Antwort selbst geben. Europa, allen voran Deutschland, sollen zum Kalifat erklärt werden, wie es von IS-Terroristen schon mehrfach erklärt wurde. So sagte Harry S. wörtlich, sie bereiten etwas vor, das überall zur gleichen Zeit passiert. Es solle eine Art islamischer Blitzkrieg werden. Er nennt als Hilfe das Handbuch für Terroristen, welches die IS-Kämpfer als roten Faden erhalten. Titel »Wie man im Westen überlebt«, ein Handbuch für Mujahedin. Hierin lernt der Terrorwillige, wie man sich im Westen, auch in Deutschland, unauffällig zum Gotteskrieger entwickelt. Möglichst westliches Aussehen, möglichst auch westliche Eigenschaften annehmen. Wer keinen Bart hat, soll sich auch keinen wachsen lassen, um nicht unnötig aufzufallen. Die eigene Identität darf nicht erkennbar werden. Des Weiteren lernt man das Bomben bauen, wie man Waffen schmuggelt und unauffällig weitere tötungswillige Kämpfer rekrutiert. Die Anleitung für die Terroristen beginnt mit der Drohung »Im Herzen Europas beginnt ein Krieg«. Bundeskanzlerin Merkel empfahl in ihrer Sommerpressekonferenz 2016 übrigens, dass sich Frauen mit sexuellen Übergriffen wörtlich »natürlich nicht abfinden« müssten. Und bei einer Rede vor CDU-Anhängern in Ostdeutschland gab Merkel kurz zuvor mit folgendem Zitat zu, weit mehr über die Hintergründe zu den Terroranschlägen in Deutschland zu wissen als öffentlich bekannt. »Zum Teil wurden sogar die Flüchtlingsbewegungen genutzt, um dort Terroristen mit einzuschleuten.« Zum Teil wurden sogar die Flüchtlingsbewegungen genutzt, um dort Terroristen mit einzuschleuten. Erstaunlich. Letztes Jahr waren derartige Äußerungen noch als wahnsinnige Verschwörungstheorien bezeichnet worden. Die Autorin Eva Herrmann schrieb letzten Sommer wörtlich »merkwürdig, dass es immer wieder Deutschland ist, das in den besonderen Fokus der Bösen gerät.« In einem kürzlich erschienenen Propaganda-Video des Islamischen Staates wurden für die Bundesrepublik und Österreich ebenfalls Terroranschläge angekündigt. Speziell Bundeskanzlerin Merkel wurde persönliche Rache angedroht für das Blut von Muslimen, das in Afghanistan vergossen wurde. Weiter hieß es in dem Kommentar, »in dem fünfminütigen Video sind zwei deutschsprachige IS-Kämpfer zu sehen, welche europäische Muslime auffordern, sich dem selbsternannten Islamischen Staat in Syrien und Irak anzuschließen, um in Deutschland und Österreich den Dschihad zu führen, sowie jeden Ungläubigen abzuschlachten.« An Merkel gerichtet hieß es weiter, »O Merkel, du schmutzige Hündin, wir werden uns rächen für die Beschimpfung des Propheten«, warnt der österreichische Dschihadist, »wir werden uns rächen für die Waffenlieferung an die Abtrünnigen hier im Islamischen Staat. Unsere Rache wird bei euch vor Ort sein.« Als Angela Merkel Ende Juli 2016 ihre überraschende Pressekonferenz zu den blutigen Anschlägen in Deutschland gab, als sie die Türkei als »wichtigen Partner« auszeichnete, ungeachtet der gerade erfolgten tausenden Verhaftungen von Richtern und Journalisten und der unsicheren politischen Lage dort, wurde bei vielen Menschen viel Vertrauen vernichtet. Die Umfragewerte der Kanzlerin sind im Keller. Doch diese Tatsache ist nur noch eine unbedeutende Randnotiz im Geschichtsbuch Deutschlands. Die sogenannte Regierung scheint offenbar tatsächlich einem merkwürdigen Plan zu folgen. »Germany's Our Problem« betitelte schon der ehemalige US-Politiker Henry Morgenthau Jr. ein bemerkenswertes Buch über unser Land, welches er 1945 veröffentlichte. Und Probleme? Richtig. In aller Regel beseitigt man die. Dieser Bericht richtet sich an alle Opfer der heutigen Krisenzeit, sowohl an die deutsche Bevölkerung als auch an die wirklichen Flüchtlinge, die neben Millionen Einwanderern seit 2015 nach Deutschland kommen und in oft menschenunwürdigen Unterkünften leben müssen. Teile und Herrsche So lautet die Machtdevise seit tausenden Jahren. Doch genau das dürfen wir nicht tun. Menschen lasst euch nicht auseinander dividieren. Steht zusammen. Haltet zusammen. Informiert euch. Prüft die Fakten. Glaubt nicht alles, was man euch erzählen will. Lernt zu unterscheiden zwischen richtig und falsch. Zwischen Recht und Unrecht. Fordert endlich Wahrheit. Es ist allerhöchste Zeit. ghaut. Zu미 различkt. Von dem. Benito. Marrich lieb. Rabi, si. уют grupos, Vielen Dank.